hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren folge catfee time genau wie gestern gesagt machen wir jetzt hier noch weiter wir haben ja noch ein paar tage die wir spielen können müssen aber vorher noch ein bisschen shoppen und zwar kaufen wir wieder ganz viel futter wir müssen uns überlegen was wir gleich die rezepte verwenden wollen wir können auch noch rezepte kaufen gerade damit können wir viel geld verdienen damit auch wir könnten jetzt noch sowas machen wasser und tee da müssen wir nur tee dazu kaufen ja also cutie with grey ginger with black key frag mich nicht, warum ich das mit den E's mache white tea so dann kann ich die ein bisschen besser auseinanderhalten warum bei grey steigt das level überhaupt nicht die sind gleich level 2 aber grey ist irgendwie, weiß nicht ein Fingerkatze, kann nix oh ich habe noch was entdeckt ich habe gar keine Betten für die ganzen Katzen das wird diese nacht bisschen blöd jetzt hier holen uns eine neue Katze deine Katze ist noch Platz die hier oben sind glaube ich ein bisschen schreckhafter blue und white ja passt schon die sehen halt alle so gleich aus dann kann ich hier wieder nicht unterscheiden wenn die Leute Katzen sieht jetzt nicht so freundlich aus war es schon so ja ich weiß jetzt nicht wie ich das jetzt machen soll es kann nur eine Katze schlafen es tut mir leid ok jetzt müssten wir ja wir haben ganz viele Sachen in unserem Lager ja 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 Ich stelle mir erst mal hier rein. Ich hätte an sich sogar noch Geld für noch einen Tisch. Aber der kommt ja jetzt heute eh nicht mehr an. Stimmt, wir müssen uns die Katze hier unten noch füttern. Eins. Zwei. Ah, wir können sogar die Katze dann direkt zu dem Napf... So... Ja gut, das mit dem Kaffee-Dings-Grinder, das können wir jetzt sowieso gerade nicht mehr machen. Das können wir dann morgen machen. Ähm... Wir machen heute aber mal... Tee... Ach, Wasser lassen wir mal auf der Liste. Wasser tut uns ja nicht weh, ne? Wasser haben wir ja. Ganz schön lange Liste jetzt hier. Ähm... 40 Kunden. Auf geht's. Wo ist Blackie? Ja. Möchtest Juice und Blackie und Du? Juice und Grey. Ja, das mit dem Blackie-Grey-Whiteie, das gefällt mir besser, das kann ich besser unterscheiden. Ich glaube, das Katzenfutter wird nicht reichen. Verdammte Axt. 40 Kunden. Ah, ich habe das noch nicht so ganz raus. Ey, Wasser gebe ich dir jetzt. Keine Katze dazu. Ähm... Dann blockiert er zwar jetzt die ganze Zeit den Tisch, aber wenn unsere Katzen zu müde werden, können wir später gar nichts mehr mit denen machen. Oder wenn sie zu hungrig werden und ich natürlich wieder nicht genug Futter da habe. Irgendwie... Wieso... Muss ich das denn jetzt immer... Musste ich das erst, als ich den Saft gemacht habe, auch jedes Mal wieder erst schließen in den Kühlschrank? Hey, kämpfen die? ... ... ... ... ... ... Nee, wenn ich den, wenn ich Saft nehme, geht es automatisch zu. Lecky muss aufs Klo, das ist ungünstig. Lecky, mein Schatz, grad die ganze Zeit frei. So. Wie viele Gäste waren das jetzt schon? 15? Ich habe Energie geht eigentlich, ein Problem wird eher der Hunger. Nee, kämpfen die oder spielen die? Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Katzen vielleicht sogar Eigenschaften haben, wie die hat viel Hunger oder so. Ich hätte trotzdem gern irgendwie ein bisschen Katzenspielzeug. Das war ganz doof. Einmal weggeschmissen. Ja, das ist so schön. Das ist so schön. Lümbelum ich finde es immer noch lustig dass kokonatmilch einfach milch und kokosnuss ist und nicht kokosnuss welch also kokosmilch ist das ich meine man kann gar nicht die falsche katze geben ist auch gut zu wissen was geht der drinnen auf das klo oh 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 Whitey muss aufs Klo, kriegst jetzt zu deinem Wasser leider keine Katze dazu. Da versagt mir direkt meine Stimme. Ich meine, es ist schön, dass die Tage hier so ein bisschen länger sind. Du kannst halt viele Kunden bedienen, aber ich finde 40 Kunden ist wiederum auch eine ganze Menge. Das heißt, der Tag ist relativ lang. Wo sind die Teeblätter eigentlich im Kühlschrank? Da frage ich mich jetzt erst. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Warum mir ja und nehme ich an, ich kann mit dem nichts machen, außer sie hochheben. Ich habe mich nicht gesehen. Ich habe vielleicht sogar Glück und das Essen reicht. Katzenfutter.